Die Alpen auf fast 2000 Metern Höhe. Knapp hinter der österreichischen Grenze bei Berchtesgaden liegt das Jenner Skigebiet. Und ganz am Rand die Mitterkaseralm. Hier gibt's keine Straßen. Hüttenwirtin Renate ist komplett ab vom Schuss. Wir sind hier auf 1534 Meter. Also wenn bei uns wer was vor die Tiere bringt, das ist halt schon wirklich ein gescheiter Glücksfall. Das ist jetzt nicht der normale Zustand, sag ich mal. Nicht normal, das ist der Grip Express. Matthias und Niki liefern Pakete blitzschnell, vor jede Tür. Zweimal konnten sie einen Logistikprofi schlagen, doch heute wird's richtig hart. Was ist los, Niki? Lauf! Was ist denn deine Abkürzung? Du wolltest jetzt nur eine Abkürzung fahren. Ein Rennen durch ganz Deutschland zur abgelegenen Alpenhütte. Wie lange fährt die Bahn? Au! Am Ende geht's nur noch auf Skiern. Kann der Grip Express ein Paket schneller liefern als ein riesiges Logistikunternehmen? Wir haben deutschlandweit ein volles Netzwerk. Hingegen das Grip-Team, wenn ich mir das immer überlege, die fahren da jetzt wirklich über 800 Kilometer zu zweit. Ich bin ganz optimistisch und ich denke, wir machen das gern. Es geht um zwei Kühlschränke für die Almhütte. Renate wählt zwei Lieferanten. Alessandro mit seiner Online-Spedition, die angeblich in 24 Stunden alles für 98 Euro liefert. Und Matthias und Niki, den Grip Express. Von Duisburg aus geht es rund 800 Kilometer Richtung Berchtesgaden. Der Grip Express nimmt einen Pick-up und die Seilbahn. Der Spediteur setzt auf Luftfracht und Autos. Ja, das Ziel ist natürlich heftig, weil es von uns ganz besondere Skills verlangt. Wir müssen auch noch quasi Skifahren können. Und wir sind natürlich extrem geübt, wir zwei, in dieser Geschichte. Duisburg, 7.30 Uhr. Irgendwo hier im Techniklager warten zwei Kühlschränke auf die Expresslieferanten. Morgen! Wir bräuchten einmal die Papiere. Morgen! Die Sendung steht auf der Relation 5.940, ist in der Mitte von der Halle. So, kleinen Augenblick noch. Ich starte euch jetzt noch aus mit dem Trecker. Dann sehe ich jede Zeit und jeden Moment, wo ihr gerade seid, dann könnte ich in dem Moment nochmal Gas geben oder eben nicht. Ich glaube, es ist heute gar nicht mehr nötig, weil so viel Gas brauche ich mir gar nicht mehr geben. Vergiss es. Dann starten wir jetzt das Rennen, oder? Ich würde sagen, los geht's. Logistik-Profis gegen Grip-Testfahrer. Matthias fährt den Wagen vor. Niki sucht in der riesigen Lagerhalle das Paket. Handometer. Aber das ist doch. Das ist jetzt A oder B oder was ist das immer. Oh Mann. Garderobe ist auch nichts. Wo ist der Kühlschrank? Leck mich doch. Wo geht's denn da hin? So, also hier am Start haben wir natürlich schon mal einen Riesenvorteil. Wir kennen uns hier natürlich in der Halle aus. Für Alessandro und seine Mitarbeiter reine Routine. Sein Kühlschrank ist schnell gefunden. Die Firma schleust täglich 1500 Pakete durch die Halle. Doch Matthias hat noch ein Ass im Ärmel. So, wo ist die Rampe? Hier ist die Rampe. So, ich stelle uns da schön so ein bisschen so dahin. So. Kann er nämlich nicht wegfahren, ne? Niki hat endlich den Kühlschrank gefunden. Jetzt schnell zum VW Amarok, dem Einsatzfahrzeug des Grip Express. Was ist los, Niki? Niki! Auf geht's, auf geht's! Klappe auf! Klappe ist offen, schmeiß drauf. Wann ist das ein riesen Kühlschrank, hör mal? Ja, das habe ich natürlich auch nicht gewusst. Das ist doch noch weg. Auto weg! Was denn? Wie denn? Fahrt weg! Fahrt an die Seite! Ja, wir müssen verladen, sorry. Tut mir leid, hör mal. Macht euch keinen Stress. Habe ich wieder super geparkt, ne? So! So, das ist übrigens unser Kameramann. Hey, Aschka, wir fahren nicht alleine hier. Sagst du zu meinem Trick, Niki? Perfekt! Geil, um mal zu kämpfen, Mann. Duisburg, 8.30 Uhr. Das Rennen quer durch Deutschland läuft. Wer liefert einen Kühlschrank schneller vom Ruhrgebiet auf eine abgelegene Almhütte? Die Strecke sind knapp 800 Kilometer. Es gibt hier sehr viel Stau. Es gibt sehr viel beschränkte Autobahnen, also wo du 100, 120 fahren kannst. Und die Probleme beginnen direkt auf der Autobahn. Die Route wurde aufgrund von 4 Kilometern stockendem Verkehr auf der A3 neu berechnet. Ah, wie geht's denn los? 100 Meter, dem Straßenverlauf verfolgen. 5 Kilometer in 7 Minuten. Aber auch der Spediteur kommt nur langsam voran. Sein erstes Ziel, der Flughafen Düsseldorf. Alessandro verfolgt die Pakete per GPS-Tracker auf den Meter genau. Ich sehe jetzt gerade, die Jungs stehen gerade aktuell im Stau. Wir sind allerdings schon davon ausgegangen. Also wir rechnen eigentlich fast schon täglich damit. Dementsprechend haben wir den Flieger auch gebucht. Das Paket schafft es auf den geplanten Flug von Düsseldorf nach München. Die Flugzeit für die 600 Kilometer liegt bei einer Stunde. Mit Einchecken und Wartezeit dauert der Transport also rund drei Stunden. Können Matthias und Niki genauso schnell sein? Autos, soweit das Auge reicht, Niki. Viel zu viele Autos. Kuck dir das mal an. Ja, ich sehe es doch. Es ist 9 Uhr, ihr müsst doch längst bei der Arbeit sein, Leute. Dabei könnte der VW Amarok mit V6-Motor doch viel schneller sein. 193 kmh läuft der Pick-up-Spitze. Außerdem kann er mit Allrad durchs Gelände fahren, falls Niki und Matthias abkürzen wollen. Basispreis für den 224 PS Diesel rund 50.000 Euro. Du musst doch echt sagen, das Ding macht doch einfach was her. Ich denke, wenn man von hinten anrollt, dann rutschen die schon ein bisschen auf die Seite. Wenn er jetzt nicht davon irgendwie ein Porsche oder was fährt, dann geht das. Also, man muss schon sagen, das Ding schiebt ordentlich an. 550 Newtonmeter, du wirst wirklich in den Sitz gepresst. Aber auf der Autobahn brauchst du Vmax. Und dann hat er nicht. Denn der Verkehr ist zäh. Niki und Matthias dürfen sich keine Pause gönnen. Am besten ohne Tankstopp bis zum Ziel durchfahren. Wir sind 800 Kilometer. Wir haben 80 Liter im Tank. Das heißt, 10 könnten wir auf 100 gebrauchen. Okay, ich gucke mal nach, wo wir gerade stehen. 7,7. Das würde bedeuten, wir brauchen. Nein, das war der Momentan. Wir sind bei 11. Durchschnittsgeschwindigkeit 90. Ja, ist aber doch noch okay. Was? Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt hier. Das blöde Flugzeug fliegt 800 oder sowas. Der A320 kann sogar 904 kmh fliegen. Als Luftfracht macht der Kühlschrank einen gewaltigen Satz nach vorne. Fragt sich nur, ob das mit Ein- und Auschecken wirklich schneller ist als der Grip-Express. Jetzt können wir richtig Meter machen. Und ich hoffe natürlich, dass wir werden jetzt in den nächsten Minuten über dem Grip-Team hinausfliegen. Und wenn es klappt, winken wir dann auch nochmal runter. 11 Uhr. Niki und Matthias sind bei Würzburg. Haben 350 Kilometer geschafft. Freie Fahrt. Endlich. Endlich, Leute. 160. 170. 175. Das geht normalerweise auch schneller, wenn ich dann immer so hoch zähle. Wer liefert den Kühlschrank schneller, 800 Kilometer weit durch Deutschland? Genauer gesagt, zur Alpenhütte auf über 1500 Meter. Mitten ins Skigebiet. Mit dem Auto vor die Tür fahren? Ist nicht. Sag mal, wie kommen wir denn überhaupt auf die Mittagkase Alm hoch? Mit dem hier? Ich schau jetzt mal, da wird ja irgendwo ein Liftchen hochgehen. Also fahren wir mit dem Lift hoch. Ja, würde ich doch sagen, oder? Ja, wenn wir mit dem Lift fahren, dann brauchen wir Skier, Skiklamotten, Helm. Wo willst du jetzt das herkriegen? Niki recherchiert, um das passende Equipment zu bestellen. Sportreinsel, Christoph. Ja, Schelle, hallo. Und zwar geht es darum, ich bräuchte zweimal eine komplette Montur brauchen. Also Skischuhe stecken. Da gibt es Premium, Standard, Sport. Das müssen toppräparierte Dinger sein. Die Kanten müssen messerscharf sein und natürlich optimal gewachsen. Gut, okay. Könnte das jemand an die Bahn bitte bringen? Normal machen wir das nicht. Geben wir noch ein Zehner Trinkgeld, dann sollte das doch klappen. Der Grip Express rollt und Cargo International ist im Anflug auf München. Doch gelandet heißt noch nicht, dass es weitergeht. Der Spediteur muss warten, bis das Paket aus dem Sicherheitsbereich kommt. Im Büro in Duisburg sieht Speditionschef Alessandro dank GPS-Tracker, wo sich beide Kühlschränke befinden. Wir stehen. Ich weiß nicht, wo gerade das Problem liegt. Es könnte jetzt natürlich sein, dass da vor Ort beim Entladen noch zu Verzögerungen kommt. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich bin ein bisschen skeptisch. Flughafen München, 12.15 Uhr. Das Logistikunternehmen hat zwar 50 Kilometer Vorsprung vor dem Grip Express, doch jetzt geht nichts mehr vorwärts. Servus, Thomas. Ich bin's, Alessandro. Grüß dich. Hi. Du, wann seid ihr denn gelandet? Vor 45 Minuten, oder nicht? Ja, ungefähr. Stimmt. Passt. Okay. So 45 Minuten. Und sind da andere Pakete schon raus, oder hängt's gerade nur an unsern? Einige sind schon raus, und das fehlt halt noch. Aber hier stehen noch mehrere und warten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich geh jetzt gleich mal hier am Servicecenter fragen und frag mal, ob die nicht halt mal ein bisschen schneller machen könnten. Also ein drittes Mal verlieren ist echt nicht drin. Nein, tun wir nicht. Okay. Klasse, Thomas. Motiviere die Leute jetzt hier ein bisschen. Ich dank dir. Ich zähl drauf. Hau rein. Klasse. Mach weiter so. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss. Verdammt. Mittlerweile fahren Matthias und Niki mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 kmh. Der Grip Express holt auf. Der Unterschied nur noch 30 km. Matthias, es schaut's aus. Auch ein bisschen Hungergefühl für wieder. Ich hätte es. Ich hab da wie immer was dabei. Was hast du denn? Brötchen? Mein Kässchen, ja. Oh ne, komm bitte nicht. Nicht schon wieder mit deinem Limburger, ey. Bah, mach die Kiste wieder zu. Willst du auch ein Stückchen? Nein. Der Käse bleibt zu. Der Käse kommt auf. Ich esse ihn jetzt. Der Käse bleibt zu. Ne, da spielen wir jetzt. Spielen wir drum, oder? Wie spielen wir drum? Wenn ich gewinne, darf ich ihn essen. Okay, spielen wir drum. Niki und Matthias spielen das Quiz um den Käse. Frage Nummer 1. Wie viele Express- und Kuriersendungen wurden in Deutschland im letzten Jahr verschickt? Das ganze Jahr in Deutschland, ja? Ja, genau. 170 Millionen. 171 Millionen. Pfff. Ja, und? Das ist eine voll daneben. Ja, das weiß ich, aber ich bin näher dran. Jetzt sind wir über Milliarden sind das wahrscheinlich. Das sind drei Milliarden. Siehste? 1,0 für ihn. 1,0. Wie unangenehm. Frage Nummer 2. Wie viel kostet ein Paket bis zwei Kilo von Deutschland nach Amerika? 19,90 Euro. 18,20 Euro. Ja. Das sind 16 Euro. Ah! 1,1. Und die entscheidende Frage. Wie hoch war der durchschnittliche Preis für Pakete in Deutschland im letzten Jahr? Gott. Ja, weiß ich nicht. 5,98. Ja, der Schnapszahl 5,5,50. 5,5,50. Wow, das waren 5,91. Nein! Yes! Nein! Das gibt's ja nicht. Kannst du mal sehen, was ich alles weiß. Matthias hat gewonnen. Der Käse bleibt in der Box. So, Niki, was ist denn die Alternative zu dem Käse eigentlich? Ich könnte dir noch einen Knoblauch anbieten. Wie wär's mit dem? Das kann doch nicht sein, dass du das immer isst. Niki, kannst du bitte diesen Knoblauch wegpacken? Soll ich ihn wegstecken? Das gibt's. Du kannst doch nicht puren Knoblauch essen. Das ist lecker. Boah! Eine Stunde nach der Landung am Münchner Flughafen geht die Reise für das Paket weiter. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, setzt Logistik-Profi Alessandro auf einen schnellen Fünfer-BMW. Der Zwischenstand? Vor München hat der Kurierfahrer einen hauchdinnen Vorsprung vor dem Grip Express. Wir haben jetzt aktuell zwar immer noch einen kleinen Vorsprung, allerdings kommt das Team Grip immer und immer wieder näher. Was definitiv beweist, dass die mal wieder wahnsinnig schnell unterwegs sind. Das könnte ein Foto-Finish werden. Doch jetzt geht Team Grip der Sprit aus. Warte, der Boxenstopp muss jetzt Formel-1 mäßig werden. Nicht Räder wechseln. Ist das klar? Nein, Räder brauchen wir nicht zu wechseln. 13.30 Uhr. Tankstopp. So. Performance-Diesel, Diesel, Diesel. Ist das schon Diesel, oder? Diesel, 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 Diesel. Ich habe Performance-Diesel genommen. Nummer 5. Lauf! 60 Liter, das muss reichen. Mache ich dem Niki schon mal den Motor an? Boxenstopp in Rekordzeit. Doch wo bleibt Niki? Was macht der denn da drin? Bezahlt hat er noch nicht. Wie kann das denn sein? Ich raste gleich aus. Kommt da. Das gibt's gar nicht. Das gibt es nicht. Was war denn da jetzt los, ey? Ein einziger ist vor mir. Gib Gas. Ein einziger. Fast zehn Minuten hat der Tankstopp gedauert. Der Kurierfahrer hat jetzt 20 Kilometer Vorsprung. Rallye-Profi Niki quetscht alles aus dem Sechszylinder raus. Noch 150 Kilometer bis zum Ziel. Jetzt bloß kein Stau. Kann Team Grip den Rückstand aufholen? Alessandro fiebert in der Zentrale mit. Ich weiß nicht, wer die letzten Minuten hier gerade bei Grip am Steuer sitzt. Ich sehe allerdings nur eins, die sind gerade unglaublich schnell unterwegs. Im Schnitt 150 kmh. Der Kurierfahrer wählt die Autobahnroute über Österreich. Niki bleibt in Bayern und fährt auf direktem Weg zum Königssee. Niki, was ist denn deine Abkürzung? Du wolltest irgendwo eine Abkürzung fahren? Ja, da vorne müssen wir jetzt der mal rechts festhalten, Jungs. Das kann der Kurierfahrer nicht. Mit Allrad und 224 PS geht's vier Kilometer durch den Schnee. Das spart 15 Kilometer und verunsichert den Gegner. Denn das Ortungssystem funktioniert hier nicht. Ich sehe jetzt gerade nicht genau, was da gerade los ist. Ich sehe nur, dass Team Grip definitiv Geschwindigkeit zurücklegt. Allerdings sehe ich nicht mehr, wo die sind. Nur der eigene Fahrer ist zu sehen. Der hat die Talstation um 14.45 Uhr erreicht. Der Kühlschrank muss aber 1000 Meter weiter oben geliefert werden. Hoch geht's nur mit der Seilbahn. Zu allem kommt man am schnellsten auf Ski. Der Kurierfahrer fährt stattdessen nochmal Lift. Auch der Grip Express ist gleich an der Talstation. Jetzt zählt jede Minute. Niki hat ein ganz anderes Problem. Aber soweit ich das sehe, ist da keine Toilette in der Ding, oder? Toilette? Punkt, 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 wie ein Punkt, Punkt, Punkt. Du musst gar nichts. Du musst jetzt mit der Gordel und dem Kühlschrank hochfahren. Nach 6,5 Stunden erreichen Niki und Matthias die Jennerbahn. Ab jetzt muss der 15 Kilo Kühlschrank getragen werden. Zu! Zu! Irgendwo wäre der jetzt doch ein bisschen schwer. Wo sind die Ski? Ich weiß es nicht. Da sind sie, da sind sie. Das sind nicht unsere. Drin vielleicht. Da, 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 da. Hallo. Wir haben ein Paket für oben. Da vorne sind die Ski. Meine Skischuhe. Meine Skischuhe. Ich sitz drin. Gleich werde umgezogen. Los geht's. So, Leute. Erst halt umziehen. Erst mal nackig machen. Wie lange fährt die Bahn? Au! Die erste Etappe führt mit der Jennerbahn nach oben. Team Grip bleibt 15 Minuten zum Umziehen. Dann geht es auf Skiern zum Ziel. Und während Matthias die Mittelstation passiert, kommt der Kurierfahrer 600 Meter weiter oben an. Er hat keine Ski und muss mit dem langsameren Sessellift fahren. Wer wird zuerst die Almhütte erreichen? Wir sind mittlerweile schon oben. Team Grip weiß ich nicht, wo die jetzt zuletzt abgeblieben sind. Ich erreiche auch den Fahrer nicht mehr, weil der hat auch keinen Empfang mehr. Dementsprechend kann es jetzt noch mal spannend werden. Die letzten Höhenmeter. Der Grip Express ist fast auf dem Gipfel. Der Kurier im Sessellift nur wenige Minuten von der Almhütte entfernt. Matthias und Niki müssen jetzt ihr ganzes Skisporttalent zeigen und eine perfekte Abfahrt hinlegen. Mit einem 15 Kilo Kühlschrank auf dem Arm. Brauchst du Hilfe Niki? Läuft! Läuft! Die Mitterkasa Alm ist auf Brettern nur drei Minuten von der Seilbahn entfernt. Wer ist nach der 800 Kilometer langen Reise zuerst am Ziel? Hallo! Willst du uns zustellen? Ja genau! Danke schön! Die Logistikprofis liefern den Kühlschrank in 7 Stunden und 30 Minuten von Duisburg auf die Almhütte. Niki und Matthias kommen zu spät. Auf! Ja! Ich bin jetzt natürlich unglaublich erleichtert. Muss man natürlich sagen, nach drei Versuchen jetzt endlich mal zu gewinnen, ist es natürlich, da ist jetzt der ganze Dampf jetzt einmal raus. Los, 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 los! Servus, hallo! Und, war der andere schon da? Der war schon da! Ich flipp aus! Alles umsonst! Wir haben uns die Seele aus dem Leib gefahren! Tut mir leid! Ich raste aus! Ah, Mann! Ich flipp aus! Geliefert haben wir und wir haben auch pünktlich geliefert. Waren halt zehn Minuten später. Auf geht's! 800 Kilometer Volldampf ohne Happy End. Dieses Mal hat der Grip Express verloren. Das gibt eine Revanche. Versprochen! Das hier aus dem Leib. Das war's. Hey!